Servus, grüesti oder Servus und wie sagt man in Vorarlberg? Bleiben wir bei Servus. Ja, wir sind in Vorarlberg. Gestern waren wir noch in Bregenz, jetzt fahren wir Richtung Tirol retour. Wir sind seit knapp 48 Stunden schon ziemlich fleißig unterwegs mit minimalsten Schlafpausen. Gestern war es noch ein Fotoshooting, Videodreh in Hart und Fussach. Da haben wir eine neue Stahlbrücke aufnehmen dürfen für die Harbour Group und der MC. Jetzt geht es Richtung Tirol, Innsbruck und ja, am Weg dorthin bleiben wir halt hier und da wo stehen, wo wir auch was Tolles zum Fotografieren haben. Mit dem Gepäck heute wieder unsere Mittelformat-Kamera, unsere digitale Ausrüstung sowieso und ja, jetzt machen wir uns am Weg und schauen mal, was wir so finden, was wir aufnehmen können. Wir nehmen euch natürlich wieder mit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.